Für uns als regionale Einzelhändler ist die Oberlandcard die Chance, die Kunden vom Internet ein bisschen wegzukriegen in die Geschäfte, in die Region. Was ganz wichtig ist, wir brauchen ja auch Arbeitsplätze und auf alle Fälle ist es für die Kunden und für die Oberlandcard-Inhaber ein Anreiz, mit ihren Punkten bei anderen Geschäften reinzuschauen, wo sie vielleicht noch nicht waren und mal andere Geschäfte in der Region kennenzulernen. Oberlandcard finde ich gut, wir unterstützen das und wir möchten bitte eine große Gemeinschaft von Oberlandcard-Besitzern werden. Oberlandcard